Die Kaiserin wurde verschleppt. Von ungarischem Rabe. Wo bringen sie uns hin? An einen Ort, wo uns allgemein nicht finden wird. Die Spur fährt hoch in den Wald. Nicht schreien Ruhe an. Weiß Prinz, was hier vor sich geht. Als die Nachricht eurer Entführung in Wien eingetroffen ist, war der Kaiser nicht dagegen. Und so hat eure Schwiegermutter entschieden. Dem nichts zu sagen, hat sie das in euch geschickt. Eine Bitte. Kein Wort über die Entführung. Zumindest jetzt noch nicht. Ich muss euch sprechen. Ugar 9 Uhr. Sie hat ihn geküsst. Ich hab sie belauscht, als sie sich halblich in den Ruf getroffen haben. Letzte Nacht. Liebst du ihn? Ich weiß es nicht. Sisi. Marz. De la 10.30 Uhr seara. La Kanal de 2.